Ich stehe hier als junge Frau vor Ihnen und glauben Sie mir, wir können selbst über uns, unser Leben und vor allem unseren Körper bestimmen, besonders auch in der sensiblen Frage einer Schwangerschaft. Was wir aber dazu brauchen, ist die Möglichkeit, uns sachlich neutral zu informieren. Wo kann medizinisch kompetent ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden? Darum geht es. Wenn ich als Frau vor der Entscheidung stehe, ein Kind zu behalten oder nicht, dann ist das höchst emotional und eine absolute Ausnahmesituation. Und ich will nicht, dass Frauen und Ärzte verunsichert werden durch eine unklare Gesetzeslage. Was ich mir stattdessen in so einer Situation wünsche, ist Unterstützung, ist Aufklärung, ist gute Beratung und Begleitung. Genau das müssen wir ermöglichen. Schnell, niedrigschwellig und medizinisch kompetent.